So, da sind wir wieder zurück. Machen wir so. Gehen wir mal rein ins Rennen. Genau auf der Strecke. Okay. Ich habe gar nicht gesehen, wie viel wir jetzt da insgesamt haben. Aber es gibt eh nicht viele. Es gibt eh nur dieses eine Rennen heute. Also wie gesagt, nochmal. Ich fahre bewusst. Zum Ende dieser Woche nochmal so ein Ding hier. Mal gucken, was wir dann in der nächsten Folge am Montag machen. Oh, es ist ein Turnier. Ernsthaft? Okay, ich dachte mir jetzt geil. Aber es sind nur 6 Stunden. Okay, dann haben wir doch nochmal ein Turnier. Ich dachte mir, wir haben nur so ein Kurzrennen. Also geht es hier wieder darum, unter die ersten 12 zu kommen erstmal. Na ja, schon. Kommt euch gegenseitig weg. Wurscht. Hier geht es jetzt erstmal nur darum, weiter zu kommen. Ich habe jetzt ein bisschen an die Wand gerutscht. Ich habe jetzt ein bisschen an die Wand gerutscht. Das ist jetzt gerade jetzt ein bisschen... Wir sitzen gerade ja wundern. Waren wir schon. Erst da haben wir alles geklärt. Dann müssen wir gleich mal gegen die Wand kommen. Also 6 Runden sind es jetzt gesamt hier. Ich dachte mir, geil. Das ist jetzt ein paar 1, 2 Kurzrennen. Aber egal. Solange mal die ersten 12 kommen, ist alles egal. Oho. Warum fasst du dir nicht so richtig mit Zürich, dass die Aktion noch mitgekommen ist? Da muss jetzt gerade ein bisschen Power mit die Geschwindigkeit rausnehmen. So, 1.5 bis 4. Da staubt dann noch einer ab und sagt, ich komme noch mit. Genau, schießt euch mal gegenseitig über mich hinweg, aber dem bin ich nicht mit. Machen sie doch. Ich rutschte dann noch mit runter. So, ich will den Typen da vorne eigentlich noch mit aus dem Rennen schießen. So, letzter Lauf, äh, letzte Runde, Entschuldigung. Ich hau jetzt kein Überrunde, jetzt ist das Auto noch weg. So, wir gewinnen den ersten von drei Läufen heute. Lauf Nummer 2, Halbfinale quasi. So, auf geht's. Hier wieder 6 Minuten. Boah, jetzt ist die gleichgeschwindigkeit. So, auf geht's. Hier wieder 6 Minuten. Boah, jetzt ist die gleichgeschwindigkeit. Boah, jetzt ist die neue Strecke wieder. Ich hasse diese Strecke. Das ist so eine meiner absolut unmöglichsten Strecke. Und im Finale sind sie zu zwölf Runden unterhalten. So, das ist die neue Strecke. So, das ist die neue Strecke. So, das ist die neue Strecke. So, das ist wirklich schwierig. So, das ist diensendige Strecke. Also, das ist das, was ich zumindest. So, wir gehen jetzt gleich in Runde 4. Ich war jetzt ein bisschen vorsichtiger, damit ich da nicht irgendwie nicht in die Wand klebe. Hier sind wir jetzt noch 2 Ründchen. Ah, gestern hatten wir vor ganzem schon ein Turnier. Jetzt haben wir schon wieder ein Turnier. Ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht irgendwie zu sehr aufsetzen. Das ist halt das Problem. Die Ecke ist jetzt nicht ganz ohne die. Hier. Klar, da vorne ist jetzt wieder einer, der jetzt ein bisschen abstabt. Der sagt, ich komme jetzt auch ohne Probleme durch. Das haut jetzt vor und er liegt da. Du mit deinem scheiß Mie, du gehst mir gerade ein bisschen auf den Pist. Dankeschön fürs Türen. Hast du mir schön noch einen mitgegeben. Wir gehen jetzt für uns dieses Räden an. Wir müssen davon sind im Floh weggeschossen. Wer weggedreht, wie auch nicht. Vielleicht ein bisschen vorsichtiger fahren. Das war keine Absicht. Das war keine Absicht. Das gibt es gerade. Das war mir so klar. Irgendeiner, der staubt dann noch da ab und gibt dir noch einen. Schön im Flug mit einem anderen Pist. Das ist ein scheiß Mini da. Wir sind mir nicht verstanden. Das wäre mir gerade herzlich egal. Wir gewinnen diesen Lauf. Das war so wichtig. Bitte lauf nicht, was du dazu erwischt hast. Nee, jetzt nicht. Schade. So gerade noch. So gerade noch hat er es in die nächste Runde geschafft. Schade, ich hätte ihn so gerne noch weg gehabt. So, Finale. Und jetzt sind es wahrscheinlich zwölf Runden. So. Los geht's. Tatsächlich ist es in zwölf Runden. Ah, scheiße. Ich hätte es in sechs Runden gereicht. Aber es muss jetzt das Finale mit zwölf Runden wieder eine Dreckstrecke sein. Ich mag sie nicht. Ihr habt ja schon gesehen, warum. Ich habe immer ein Problem. Hier geht es noch. Aber der zweite Teil, dieser zweite Rubbelteil, der stört halt extrem. Wenn ich da so ein Problem habe beim Aufkommen, beim rüberfahren, dass ich da aber aufhebe. So. Hier so. So. Mach mal gerade raus. Hier sollten wir jetzt durchaus das Turnier, äh, das Rennen gewinnen. Das ist ja nicht so wichtig. Hier ist das Runde 2, also zwölf Runde heute. Da steht schon wieder da quer. Entweder er wartet auf jemanden, oder er... Naja. Schon wieder auf dieser Ecke. Sollte man die nicht zu häufig machen. Sonst kann das ganz schön das Rennen vorbei sein. Nein. So. Moment, dann sind wir noch dritter. Wir beginnen Runde 3. Das war mir klar, dass du es schaffst, mich wegzuschießen. Weiß ich, fahr doch extra langsam. Ich krieg doch nur auf die Bremse. Was schafft der hier? Er kriegt mich da runtergedrückt. Ich mag diese Ecke absolut nicht. Ja, da vorne irgendwo. Ich hoffe, das ist ja egal. Bezeichnet sich die Bar. Es ist, äh... Ja. Keiner von den beiden. Die sind nur noch vorne weg. Ich hab schon gehabt die Hälfte des Rennen. Das kann alles hin. Ich muss sich so schnell wieder drehen. Die Bände, dann alles hin. Was ich weiß. Jetzt ist vorbei. Jetzt haben sie noch den Windstock da vor mir. Wie soll das? Ja. Ganz, 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 ganz blass. Weil der Name aufgeführt wird. Sag ja, so schnell kann man sich noch drehen. Da muss nur einen Fehler machen. Da kommt sein, kommt sein Fehler. Und räumt damit sein Auto weg. Bleib da unten, wo du bist. Ich glaube, ich bin nicht schade. Ich sehe, da reicht drei Gegner raus. Vielleicht bist du berühmt. Du bist der Rausdreher, okay? Komm nicht mit. So, das war das Kirchen. Das ist der Typ. Weil der genau in dem Moment den Weg zurück macht, dass ich da reinköschle. Fünf Runden nur. Alter Verweich. Das war mir... Mann, warum eigentlich ich? Warum bellern die alle dann fünf Kilometer zurück, dass ich die halt noch abklicke? Mann. Geht mal da bitte weg. Lass mich doch einfach gerade mal nur in Ruhe. Nimm mal ich, ich, ich. Ich krieg's dir dann direkt wieder ab. In der Klo will man sich mit vier Leuten aufeinern, dann werde ich da noch reinkommen. Bala ich. Dann geht's nicht weg. Das war nicht viel runter. Road war ja. Da konnten wir sich jetzt gerade verschossen. Noch drei Runden, ein bisschen aufpassen. 23. Ich müsste da aufpassen, weil ich zu sehr und zu häufig crashen noch, weil... ...kritischer Schaden. Das ist, obwohl ich noch ein bisschen aufgekommen bin. Ich muss halt jetzt extrem aufpassen, wenn ich irgendwer von den Gegnern in die Karre semmel. Weil der eine hat jetzt zwei Sekunden zurückstanden. Das ist der Road war ja. Da ist auch nicht geschont. Alles andere ist jetzt erstmal weit, weit weg weg. Das ist ein Finale. Es gibt nicht nur Punkte. Es geht. Hau ab! Hau ab! Hau ab von mir! Bleib, wo du bist, mein Freund. Bleib, wo du bist! Ansonsten! ино. Also… Letzte Runde jetzt gleich. Ich hier jetzt! Unsere letzte Runde für heute. Hier ist es Turnier-Jung. Soll ich nichts machen, wenn das nicht was Kutzes zu machen. Bloß nicht irgendwo... NEIN! Bloß nicht irgendwo weg, hä, feste, bloß nicht dieses Turnier noch irgendwo verlieren. Ja, der hat selber einen Fehler eingebaut, das ist auch mir persönlich recht. Und danke für mich dieses Turnier hier, da müssen wir echt super aufpassen in der letzten Tour. Speedy ist das, ja. Ja, das ist dieser Mini-Verschnitt. Bisschen brennt da, aber wie gesagt, ich habe auch nur noch gefühlt, irgendwie neunten... Ein Fünftel der Limt-Energie, also 19 hatte ich noch am Ende. Leider auch nur einen, aber ist egal. So, dann würde ich es auch mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's ins... Finale, also das letzte Render damit.